Ja, ich hab sie gefunden! Was? Die Männers! Was? Oh nein! 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 Die Männers! Ich... Nein! Hallo und... Penis! Hallo und herzlich willkommen zu, äh... Take it, make it! Bad Nummer... Ich weiß es nicht mehr... Ich kann's nicht lassen... Wir haben ja was Schönes gemacht das letzte Mal, äh... Das wird Morden bestimmt gefallen... Und, ähm... Ja... Jetzt wollten wir mit was anderem weitermachen... Ich hab aber vergessen was es ist, weil ich Alzheimer habe... Ach stimmt, wir wollten gucken, was wir sonst noch machen könnten... Genau, das war's... Ja, ich... Ich bin währenddessen beschäftigt mit, äh... Deinem Kopf... Exkursion... 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 Ich wusste, dass du nicht in der Nähe bist... Weil sonst hast du schon gesagt, was war das? Pff... Weil bei mir war gerade so ein schönes Geräusch... Nächstes Mal... Nächstes Mal bin ich wieder da und kann nicht... Kann ich... Es sah aus wie so ne Waschmaschine... Ich mach mal so ne Elektrozone, weißt du... Wusstet ihr, dass ich, äh... Während der Folgen mehr außerhalb des Hauses war... Baaah... ... als innerhalb... So erzählt mich nicht... Ist mir auch egal... Schickt euch... Einfach kein Interesse an dich, weißt du... Du bist einfach so unwichtig... Das Marble-Gebäude da hab ich gebaut... Also nicht Werner... Was? Das Marble-Gebäude da oben hab ich gebaut... Und nicht Werner... Ja, labo doch nix... Ich glaub so ein Marble-Gebäude... Oh, halt die Fresse... Beide... Beide Schnauze... Glaub... Glaub dem Richtigen... Gucke in den Chest... Da hab ich sogar noch diese Marble-Stützen und so alles drin... Ja... Ja, weil er mir bei Bauern gebraucht hat... Das Glas hab ich gebraucht... Bei der Einzelfolge hat er mir nur geholfen am Bauen... Deswegen... Du hast nicht das Glas abgebaut... Oder das Glas genommen... Ne... Gen... Wafür... Wirst du sehen... Wenn du in den Trugen schaust... Wer braucht Kürbis? Kürbis... Bitte nicht ne Kürbisfarm... Er macht aber ne Kürbisfarm... Die ganze Farbe ist mal ne Kürbisse... Ne... Ich hab einfach Kürbis grad gebunden... Bei meiner Exkursion... Schön... Exkursion... Exkursion... Digga... Husten... 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 Jan... Du... Du weißt ja die kleine Höhle... Du hast ja so von der Türte so ne weite Höhle... Die geht ein bisschen nach außen... Guck mal da... Ist mir egal... Ey... Guck mal da... Du bist witzig... Ich geh jetzt auf die Jagd... Ganz oft... Siehst du was ich mit dem Glas getan hab... Jaja... Jaja... Das wollte ich mit der Erde nachher zubauen... Ja... Ich äh... Ich hab dafür... Ich hab jetzt dafür gesorgt... Dass wir äh... Dass wir äh... Tschö 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 das ist ja die kathrin lüge ja wie sie die wendste ist in die wendung ja scheichwein ist endlich der ist ja auch dafür da dass man 9 oh mein gott ja oh mein gott ist das nein ist dahin schwimmen ja was für eine scheiße ich schießen ich treffe nicht mal dann habe ich schon lol ich hoffe eine mutter ich habe meine mutter und ich habe eine mutter und du hast einen schluss auf der mit einer mutter schule meiner mutter ich habe alle mutter das hat keinen sinn ich habe keinen zweck ich habe dreck an meinem pimmel und ich habe keinen zweck ich weiß wo du bist ich weiß wo du in haus wohnen ich schwör auf meine mutter ich fahr auf dem kutter ja ich bin kein rapper du hast butter am arsch ich mach jetzt einen gewusstagsmarsch aber wie es einfach gleich nacht schon wieder wird es wird gleich nacht das ist von christoph kracht in ist einfach gleich schon wieder nacht wird es wird gleich wieder nacht und ich einfach nur nur ein hotschwert habe er hat nur ein hotschwert ich habe die jetzt und ich habe das da das ist so geil das ding ja zum glück habe ich genügend essen das war ein bisschen kostet zwar ein bisschen ich habe irgendein inges sack da vom dicks projekt hier weißt überhaupt wo ich hinlaufe nach afghanistan läufst du wieder von klima her passen wüste ich bin auf der suche nach der wüste ja ich weiß wo eine ist es sind auch kacktee ja ich habe ich abgebaut dort sind keine mehr ich glaube genau ich bin in afrika während dessen noch völlig klar ich müsste es ja ich habe drei jahre fiktik das gelätscheläte wo snypereilite wichtig fiktik du dich mal apropos mal über die vorliebe haben sich aufgenommen was ja du hast genau was ich rede ich habe ich nehme auf wenige damal nicht aufgenommen das letzte mal was nicht aufgenommen. Wie hast du eine Alperlite? Oh ja, scheiße. Das schreien, besprechen wir später Männer. Na ja. Die Leute warten schon zwei Wochen drauf, ja. Mein Penis ist Feuer. Mein Penis ist Feuer? Der brennt einfach. Ja. My car is on fire. Bei mir ist immer hell. Ja, ich hab sie gefunden. Was? Die Männer. Was? Oh nein! 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 Die Männer ist... Ich... Nein! Ja. Nein! Ja. Nein! Fuck, Alter. Nein! Ja. Ich will nicht. Nein! Ich bin in Afghanistan. Naa! Queepa! Noch ein Queepa! Oh Mann! Spreng euch einander in die Luft! Ohrensöhne! Meine Sachen! Alle weg! Ja! Pring euch einander um! Meine neuen Sachen! Meine Sachen! Ja! Ich muss das auf jeden Fall einsammeln. Kostet, was es wolle und wenn ich nochmal sterbe Nein! Mami, warum tust du sowas? Fuck, Alter! Ich hab aber grad auch so starke Probleme Und du hast immer starke Probleme Die Spinne hat sich einfach mal selber umgebracht Geil, die Suizidspinne Nein! 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 Mami, ich bin jetzt voll traurig Ich bin jetzt richtig debri, ich bin zum Emo geworden Ich ritz mich jetzt Oh, fuck Noch, oder? Oh, ja, hier im Bett ist voller Zombies Das ist heiß Und ich muss noch eine Minute aufnehmen Ach, mal zu schnell abbauen, ne? Ich hier alleine durchkämpfen muss Im Hitlerreich Ich muss mich hier auch hier alleine durchkämpfen Ich hab meine Sachen verloren Ich bin alleine Einsam Und gestorben grad eben Scheiß doch, scheiß auf dich Keiner hat sich Von meinem Tod hat sich einfach mal keiner gefreut Ich schon Das war keine richtige Freude Das, das, die Freude fühlt sich anders an Ja! Geht's schwer, wenn ich Kräpf und Munzer verfolgt werde Freude auszustrahlen Ich hab's geschafft Jetzt sind sie weg, die Hurensöhne Die haben mich nur gekillt und sind abgehauen Diese schlampen Kinder Bars sind die dreckig Bars sind die dreckig Bars sind die dreckig Und da hat ich mein Koch drin Da reden wir mal nicht über deine Fetische Werner Ich hab keinen Enderman Fetisch Ich bin auf Plains Ich bin jetzt auf Ich bin auf Beach Du bist auf der Bitch, Alter Ja, ich bin auf der Bitch Ich bin auf der Bitch Ja, ja Ich fühl mich jetzt richtig beschissen Vor allem, ich hab kein Essen mehr Fall Ich fühl mich auch da beschissen, Alter Ich bin an dem Ende der Wege jetzt gerade gelaufen Die Hurensöhne haben nicht mal was übrig gelassen Die sind einfach gegangen danach Die haben mich gekillt und sind weggegangen Richtige Hurensöhne Das sind andere gegen das Ich hau die jetzt trotzdem aus Frust Nein, tue ich doch nicht Oh, wie viele Ich geh da dran Auf einmal sind Oh, Alter Ich feiere es, weil du jetzt noch mal stirbst Ihr lasst mich in Ruhe Ich schwör, ich ball euch tot Nein, hier ist Hier geht's nicht raus Warum? Ich schieß jetzt einfach Fick dich Hast du nur ein M4, oder? Ich hab ne Waffe, ja Aber kein M4 Boomerang? Ja, ich hab ne Shutgun Einer Boomerang Boomerang hab ich auch Aber ne Shutgun hab ich genauso Da müssen wir uns hart zu zielen, Alter Ich sterbe Ich sterbe Alter, ich sterbe Nein Das ist total wie Das ist wie bei Tattel im Fahrhof Bei zwei Bogenschützen Ja Mann, perfekt doch endlich Nein Nein Dich meinte ich doch gar nicht Stirb Warum? Oh, geht doch Mann ey Tod ist er Die Spinne bleibt einfach stehen So Fick dich doch, Werner So, Spinne Creeper muss ich auf jeden Fall töten Und Spinne auch Weil ich brauch von beiden den Loot Jo Leute Jo Leute Ich werde jetzt erstmal hier die Cordis aufschreiben Nein Lasst mich Ich bin eh nur Ich bin eh nur Ich bin eh nur Nein Warum Vier Creeper Vier Fünf Fünf Creeper Was ist das? Wo leben wir überhaupt? Ich war dachte ich bin in Deutschland und nicht in Afghanistan Mama Lasst mich Ich hab Angst Überall Fünf Sechs Eins Eins Sieben Zwei Mama Lasst mich Nein Nein Ja Leute Ciao Bis zum nächsten Mal Nein Lasst mich in Ruhe Ich will es nicht Mama Wie viele Alter Ich dachte ich spiele auf Mann Ich hab Angst Zwei Creeper Was ist das? Endlich sind sie weg Die Fühle sind verletzt Ich bin so richtig kaputt und mir nervt Ich will nach Hause Ich will gar nicht Ich will nach Hause Wir haben ja fast gestorben hier Wir ganzen Terroristen Fuck Alter Überall sind Terroristen Die wollen alle scheiße von mir Ey Ja du hast noch mal Glück gehabt Alter Ich hab jetzt einfach mal eins Ich hab Glück gehabt Ich bin gestorben Ich auch Und ich bin viel weiter weg aus dir Und ich hab jetzt gerade eine Sound-Detail von I am Einmal Hier war Geil Ja geil Ja geil Hey ich muss jetzt gehen Ja geh Hau ab Verpiss dich Tschüss Ficken Ciao Tschüss Hey das User disconnected from your channel Ja jetzt bin ich alleine Forever alone im TS Ich glaub dann disconnecte ich auch mal Moment Ich weiß gar nicht wie lange ich aufnehme Ich mach das jetzt nach Gefühl so ein bisschen Tschüss So Also ich werde jetzt eh gleich mit dem Part beenden Ich werde gucken dass ich hier mal nach Hause komme und vielleicht noch ein bisschen was mitnehmen kann und Sachen Ist ja gut funktioniert Ja geil tötet euch beide Ja geil Kampf 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 der Titan alter ich weiß schon wer gewinnt Ja geil Ich Nein lasst mich Lasst mich bitte Ich bin noch Ich bin noch inno Hä Hä Nein 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 Ich kann nicht raggen ey ich muss nach Hause jetzt sofort sonst bin ich am Arsch Ich muss jetzt echt mich konzentrieren Ich muss mich konzentrieren ich muss hier weg Den töte ich noch Den töte ich noch Den töte ich noch Nein 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 Ist mir jetzt egal. Mord hat es auch gemacht, so. Du dreckiges Hohenkind, verreck, verreck, einfach verreck, so richtig, Mann. Fuck. Komm, ich bin jetzt unequipped durchs Leben, Alter. Bringt doch eh alles nichts. Fickt euch ins Knie, richtig hart. Mann, ich bin angeprisst ohne Ende. Ich bin dir einfach so angepisst. Was ist das für ein Scheißspiel Minecraft, Alter? Fick dich, Notch. Fick dich in den Arsch. Du scheiß Modpack-Entwickler kannst du auch mal rektal irgendwie, weiß nicht, hinten rein, so. Ja, Creeper, ich töte dich auch so. Ja, guck mal, ich töte dich mit meiner Hand. Guck jetzt. Ja, geil, ich bin fast wieder tot. Weil das so witzig ist, wenn da wer noch stirbt, Alter. Alter, ich will aber nicht sterben. Ich will es nicht. Ich will es einfach nicht. Ich will nicht sterben. Und wenn ich jetzt sterben sollte, in diesem kleinen Weg, ne, dann brech ich in mein Eingeweiden rein. So. 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 Tschüss. Fickt euch ins Knie. Ihr seid alle scheiße. Tschüss.